Grüß Gott, liebe Leute! Willkommen bei diesem Stück! Wir präsentieren euch heute... Die Antwort! Die Antwort ist... Und jetzt trinke ich ein bisschen Bier! Und ich trinke mein Appelü! Mami, Mami, ich habe schlechte Neuigkeiten! Ich habe eine Sünfe! Das ist aber nicht gut! Die Antwort ist... Das ist die sinnvollste Antwort, was ich je gehört habe! Ich weiß! Ich unterschreibe jetzt den Geschichtstest! Also, unterschreibe! Schreibe, schreibe, schreibe! Ich habe eine weite blöde Stimme! Findet ihr nicht auch? Und ich bin ein Bub, weil ich habe so eine männliche Stimme! Hihihi! Ich meine, männlich! Oh, ich kann meine Maus... Ohhhh! Ohhhh! Das war das Stück von... Mama! Kinky! Ich bin dank, dass ihr so geschaut habt! Ich bin dank, dass ihr so geschaut habt!